Moin moin Freunde, ich bin Smogli, heute mit dem SK Goose Wild unterwegs. Wir besuchen jetzt eine verlassene Schule. Soweit ich weiß, war das eine Grundschule. Da ist auch eine Sporthalle mit dran und wir werden versuchen, da jetzt für euch rein zu gehen. Ich mach auch nur eine Platte vor. Guck, da haben sie auch schon versucht, da rum zu rackeln. Das ist riesig. Wir sind jetzt auf dem Dach und jetzt soll hier irgendwo eine Luke sein. Wir haben die Luken jetzt zwar gefunden, aber die sind alle zu. Und wir kriegen die auch nicht ohne Gewalt auf und das ist nicht unsere Absicht. Mal gucken, was wir jetzt machen. Wir hätten nicht gedacht, dass die Eingangstür uns den Zugang bereitet. Lass mal rein. Tür zu. Wir sind drin, Leute. Wir sind in der fucking Schule. Und ab. Ja, wir lassen uns erstmal nach oben gehen. So. Alter. Das ist so ein ekliges Feeling, Leute. Das ist so ein alter. Und hier ist so einander. 안 wir zeigen, Leute. Nein, nicht mehr. Opa, das ist�end. Der ist so einiger. Bist du? Ja, das ist so einiger. Das ist so einigeres? Das ist so einiger. Aber, das ist so einiger. Waffen, Rüstung, Ritter, Turniere. Dritten, ersten, 22. Das ist aber noch nicht leer. Das ist aber noch nicht lange leer. Bevor wir weitergehen, was haltet ihr davon? Bei mir, die 50 Likes und bei Esli auch 50 Likes hat. Dependent oder nachts. Aber... Klasse viel. Boah, was es hier nicht alles gibt. 2020. 4.05.2019. Okay. Aktuell. Wo ist denn das Ablaufdatum? Was ist denn noch ein Katon, glaube ich? Scheiße. Steht nicht. Scheiße, wir sind wieder im Erd geschluckt. Ich würde sagen, dass wir jetzt einfach mal... ...hier direkt in den Keller runter. Doch, kein Keller? Doch, hier. Nein, 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 kommt, Leute. Da geht's wieder hoch. Boah, Leute, das sieht eklig aus. Boah, Leute. Bitte. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was ist das für ein Riesengebäude, Mann? Das ist mit Internat gewesen, glaube ich, oder? So, dann haben wir die oberen Etage abgeklappert, laufen wir jetzt nochmal runter. Erdgeschoss angekommen, Schulleitung. Frau Scheele, falls Sie dieses Video sehen, schreiben Sie doch mal in die Kommentare, was hier so passiert ist. Die Räume hier sehen doch richtig so in der Schule aus, ne? Alles klar, ob es auch jetzt der Türstopper funktioniert noch. Was ist denn das hier für ein verwickelter Scheiß, ey? Ich war heute Mittag schon hier, wo das alles hell war. Ich hatte mit einem Kollegen gesprochen, weil der vorjahr schon mal hier drin war und er meinte, das geht nur durch die Dachluke rein. Naja, naja, da waren wir gerade eben auf dem Dachluke anzu, das hat man natürlich nicht probiert, die Haupteigangstür und die war auch noch. So, wollen wir erstmal nach hinten, das ist die Eingangstür. Hier geht es zur Sporthalle. Hier auch wieder 21. Das sind die ganzen Sanitärräume, oder? Und ob ich schon ballerte im Finzern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Decken und Stab trüsten mich. Das sind die Klappen. Durch die Klappe wollten wir eigentlich reingehen. Ja, wir haben nun wieder rausgekommen. Das wäre das nächste Ding. Rein, kein Problem. Raus, huu. Spätestens dann hätten wir gemerkt, dass die Haustür offen ist. Spraßen sind noch da. Ja, Leute, viel mehr gibt es hier auch gar nicht mehr zu sehen. Oder warst du, SK? Ich denke nicht. Dann lass uns mal wieder Richtung zurückgehen. Und wie gesagt, filmst du die Likes bei mir, filmst du die Likes bei SK und wir pennen hier in der Nacht. So, Leute, wir sind wieder draußen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da, damit ihr keins mehr von meinen Abenteuern verpasst. Bis zum nächsten Mal.